Hallo und herzlich willkommen bei loreline.de. Mein Name ist Eccles. Wir machen den Erfolg. Mantelmalmal 50. Weiße Mantel möchten verprügelt werden. Wir werfen dafür ein, den Drang der gesetzlosen Vernichtung, deren 10% mehr Schaden zu machen und 10% mehr Schaden zu erleiden. Das hört sich wundervoll an. Der weiße Mantel zählt als gesetzlos. Ähm, boah, dann schauen wir mal, wie gut das hier läuft. Angriff! Wir schließen uns einfach hier dieser Kuppe an, dann wird das noch leichter. Genau. Kuppen kommt in den M&O. So, 5 haben wir schon noch. 45 die Gau. Okay, das hätte ich schon lange nicht mehr, dass die Avena hier an der waren. Das fühlt sich irgendwie so falsch an. Vorwärts! Oh, Downtime. Gar nicht gut. Angriff! Unruh! Darüber bin ich so mehr, oder? Woh, nein, wo ist er denn? Dorf! Ding? Geht. Tag! Tag! Und da haben wir noch ein Mal. Und da haben wir noch ein Mal. Und da haben wir noch ein Mal. Die Spawn-Werze. Okay, Nekromanten schon vorher noch dabei. Und da haben wir also Wächter. Also Wächter, Nekromanten und Messmann. Okay, da vorne ist wieder welcher. Das sieht jetzt ganz gut aus. Dann müssen wir hinten weiter. Also in der Gruppe machen die deutlich mehr Spaß. So, wieviel haben wir denn jetzt? Wir haben 22 und 25. Also noch 28. Die verbleiben. Ja. 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 Da hinten ist einer. Ja. 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 Und da ist da jetzt schon noch 24. 25. Hier ist noch keiner. Überraschung. Wieviel. Ja. So, 25 noch. Wir haben jetzt die Hälfte erreicht. Der war viel zu schnell tot. Vorwärts! So, das waren jetzt 32, 18, 19. Okay, da vorne am Türchen ist wieder einer. Das sind sogar zwei. So, das istviel. Das waren 36 Flutzen noch. Hier hinten steht wieder einer. Ach, das dürfte ein gesetzloser, ein Dieb gewesen sein. Da ist einer. Warte, hier oben sind welche. Hier sind die. Und dahinten sind auch noch die. Oh mein Gott, die sind bald wieder. Kommt da nicht hinterher. Oh, wo ist die? Hier vorne ist einer. Ich geb ihn nun leider nicht ins Haus. Das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Ich bin gerade hier vorne. Das ist meine Chance. In der Minute, in der Minute gehen. Das ist meine Chance. Und dann könnte ich dir mit den H 우리. Das war's für heute. Und Mantel mal abgeschlossen, ähm, ja, der weiße Mantel ist immer zwischen, naja, was ist denn das, 4 und 6 hier auf der Karte, unten, und am besten immer machen, wenn gerade die Boss Blitzvorbereitung ist, dann stört auch kein Boss. Viel Spaß beim Nachmachen, Like und Abonniere nicht vergessen, wir hören uns beim nächsten Mal.